Ihren Zuwachs im August. Aus Kitten Tash wurde Mama Tash. So schnell kann's gehen. Noch im letzten Jahr gab's nichts außer Musik, oder? Wir alle wollen später Familien gründen, aber noch nicht jetzt. Jetzt wollen wir uns auf die Musik konzentrieren. Dass auch beides geht, haben die Atomic Kitten 2002 bewiesen. Die Bühnen dieser Welt sind eben ihr Zuhause. Und Tash hat der ganzen Welt gezeigt, dass auch ein Babybauch sehr gleitsam ist.